Mein Bruder starb vor sieben Jahren und ich möchte nicht anfangen zu beschreiben, durch welche Art Schmerz meine Mutter gegangen ist. Was kann man tun, wenn das Einzige, was dich heilen kann, das Göttliche ist? Gleichzeitig besteht ein tiefer Hass auf das Ganze. Es sind jetzt sieben Jahre. Wenn es sieben Tage wären, würde ich etwas Süßes sagen, und das würde Balsam und Trost für dich sein. Jetzt, da es sieben Jahre her ist, sage ich grausame Dinge, okay? Sie sind nicht grausam, es ist nur, dass das der Weg des Lebens ist. Wenn wir den Weg des Lebens nicht verstehen, werden wir unfähig, das Leben zu leben. Wenn wir die Wege des Lebens nicht verstehen, machen wir uns selbst unfähig, das Leben zu leben. Du weißt doch sehr genau, dass jeden Tag viele Menschen sterben. Während wir hier im Satsang sitzen, in zwei Stunden, wie viele Menschen glaubt ihr, sind gestorben auf der Welt? Was ist die Schätzung? Jemand, der Arzt oder Bestatter ist, ihr müsstet das wissen. Wie hoch ist die Zahl? Sagen wir ein paar Tausend in Ordnung? Ich weiß es nicht, es könnte mehr als das sein, oder nicht? In 24 Stunden, denke ich, sterben ein paar Millionen Menschen, ja? Ein paar Millionen müssen mindestens sterben. In zwei Stunden sterben einige hunderttausend. Und jeder Einzelne, der stirbt, ist wichtig für jemanden. Ja, vielleicht eine Person, zwei Leute, fünf Leute, zehn Leute weinen gerade über diese eine Person, die gestorben ist. Ja oder nein? Sagen wir also, es ist nichts, sie sterben sowieso? Lass sie in Ruhe. Das ist es nicht. Das ist Herzlosigkeit. Aber dennoch, zu verstehen, dass das die Weise ist, wie das Leben strukturiert ist. Aber ihr habt eure Gedanken und Emotionen auf eine andere Weise strukturiert, die irgendwann einmal zerbrechen wird. Entweder zerbricht sie, weil ihr sterbt, oder weil jemand anderes stirbt. Wenn ihr beide für immer leben müsst, dann können wir das nicht ertragen. Ja? Könnt ihr viele Leute ertragen, die aneinanderhängen? Sie sterben nie. Könnt ihr das aushalten? Es wird unweigerlich passieren. Das Einzige, was wir uns wünschen, ist, dass jeder einen vollständigen Lebenszyklus hat und dann stirbt. Das ist unser Wunsch. Aber was ist ein vollständiger Lebenszyklus? Heute sagen Ärzte, wenn du weitere 50 Jahre lebst, werden wir dich 500 Jahre leben lassen. Sicher wirst du dich nicht daran erinnern, was vor 400 Jahren passiert ist, aber das macht nichts. Wir sorgen dafür, dass du 500 Jahre lebst. Du musst lediglich mit Schläuchen und Nadeln verbunden sein, wo immer du hingehst, aber du lebst 500 Jahre lang. Wisst ihr, dass sie das sagen? Einige der Ärzte sagen, dass sie jetzt extra Ersatzlebern, Ersatznieren, Ersatzherzen mit Stammzellen herstellen können und für dich bereithalten, wenn du das Geld hast. Das kann schon jetzt gemacht werden. Das Einzige ist, gestern oder vorgestern habe ich mich mit einem Arzt unterhalten, der sich damit beschäftigt. Er sagte, Schau, wir können jetzt schon eine Ersatzleber für dich wachsen lassen, aber wir können das nicht vollständig kontrollieren. Es ist möglich, dass deine Leber Zähne hat. Wie kommt es, dass dich deine Leber von innen beißt? Wirklich, das ist genau das, was er sagte, dass deine Leber Zähne entwickeln könnte. Eigentlich Zahnersatz, denn wir können das in den Stammzellen nicht kontrollieren. Dein Herz kann entstehen, aber es könnte eine Nase haben und es möchte auch atmen, nicht nur schlagen. Dann musst du ein kleines Loch dafür aufmachen, damit es atmen kann. So ähnlich. Ich sage, du kannst es erweitern. Aber niemand spricht von niemals sterben, okay? Statt 50 Jahren haben wir 100 gesagt, statt 100 haben wir mit Yoga 160 gesagt. Jetzt sagen sie, 500 werden wir schaffen, mit Ersatznieren, Ersatzherzen, Ersatzleben, und alles erledigt. Selbst wenn ihr für 500 Jahre lebt, werdet ihr würdevoll sterben, frage ich. Selbst mit 500 wird derselbe Konflikt weitergehen, oder nicht? Aufschieben und noch viel mehr Konflikt wird auf dem Weg passieren. So viele Transplantationsoperationen. Das ist ein gutes Geschäftsmodell, aber es ist keine Art zu leben. Wir wünschen uns also, dass jeder seine natürliche Lebensspanne leben kann. Aber was natürlich ist, könnt ihr und ich nicht entscheiden, oder? Aus welchem Grund auch immer. Wenn Leben hier ist, tun wir alles Mögliche, um es zu erhalten und zu pflegen. Aber warum auch immer, entweder wegen einer Krankheit, oder einem Autounfall, oder einer Kugel, oder der Schlinge eines Henkers, auf welche Art das Leben den Körper verlassen hat, spielt keine Rolle. Warum auch immer, sobald es den Körper verlässt, respektiert man die Entscheidung dieses Lebens, dass es sich entschieden hat, das Physische zu verlassen. Immer. Wenn man das nicht respektiert, hat man nicht verstanden, wie die Grundlagen des Lebens funktionieren. Und überhaupt, hier geht es nicht einmal um das Leben. Es geht darum, das zu verlieren, was dir gehört. Jemand hat ein Zuhause verloren, er weint darüber sieben Jahre lang. Jemand hat eine Million Dollar verloren, er weint darüber 14 Jahre lang. Ja oder nein? Ja oder nein? Die Frage dreht sich also nicht um deinen Bruder. Die Frage dreht sich nicht um ein anderes Leben. Das Weinen dreht sich überhaupt nicht um das Leben. Das Weinen dreht sich darum, dass das, was du besessen hast, verloren ist. Das ist also das, was ich ihm gesagt habe. Das Kind ist immer noch vier Jahre. Lerne als erstes nicht zu besitzen, denn es gehört nicht einmal dir. Es hat nie dir gehört. Du bist es, der behauptet, das ist mein Bruder, das ist mein Sohn, das ist mein Das. Als eine Beziehung kannst du sagen, okay, das ist mein Jemand. Aber zu glauben, das gehört mir, und wenn du es verlierst, bist du am Boden, ist nicht kompatibel mit der Art, wie das Leben strukturiert ist. Das mag für dich nicht akzeptabel sein. Wie grausam kann Satguru werden? Das bin nicht ich, das ist die Art, wie die Schöpfung ist. Entweder sieht man das und stimmt sich darauf ein und macht das Maximum aus dem Leben, oder man sieht es nicht und weint wegen allem, was passiert. Deshalb ist das das Wichtigste, das du als Kind tun kannst. In Indien, der einzige Grund, heute haben sie einen anderen Grund, der einzige Grund, warum sie einen Sohn wollten, ist, damit er dich im Alter an deine spirituelle Verantwortung erinnert. Er wird dich erinnern an dein Mukti, deine Befreiung. Und wenn du sie nicht in deinem Leben erreichst, wird er sie fördern, auch nach deinem Tod. Nur aus diesem einen Grund wollte jeder Kinder haben. Ich sage also, dass es eure grundlegende Pflicht ist, jemanden, der euch geboren hat, der euch Leben gegeben hat, an die Natur ihres Lebens zu erinnern und ihr zu sagen, was das Wichtigste ist. Ihr seid nicht das Wichtigste in ihrem Leben. Sie muss ihre ultimative Natur finden. Das ist das Wichtigste. Wichtigste, es ist das Wichtigste, es ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste in der Stadt,